Gerd Hauke war ein deutscher Schauspieler und Schriftsteller. Leben Gerd Hauke gab sein Bühnendebüt 1947 unter Boleslav Balog am Schiller Theater in Berlin, wo er bis 1951 beschäftigt blieb. Weitere Bühnenstationen waren Hamburg, Buenos Aires und Lübeck. Daneben arbeitete Hauke als Nachrichtensprecher beim Rias Berlin und lieh seine Stimme zahlreichen Hörspielproduktionen. Besonders populär wurde er dabei als Vater in der Hörfunkreihe Papa, Charlie hat gesagt, aus der Feder seiner Schwester, der Schriftstellerin Ursula Hauke. Für diese Rolle wurde er mit dem goldenen Mikrofon ausgezeichnet. Im norddeutschen Raum sehr beliebt war er auch als Erzähler in der Hörspielkrimiserie zum Mietraten Seuss Weinsteins Abenteuer von Peter Neugebauer, die der NDR über fünf Staffeln von 1972 bis 1984 in 63 Folgen ausstrahlte. In den Jahren 1985 bis 1987 sprach Hauke unterschiedliche Rollen in den Hörspielen das Brillen-Etwie, Verständigung, Lohn der Arbeit, Frohe Weihnacht, Gleichbehandlung, Piepshow, Der Mantel und Zukunft mit Vergangenheit von Heinz-Werner Geisenberger beim hessischen Rundfunk. 1962 gab er in Fritz Genshoffs Märchenfilm Rumpelstilzchen sein Leinwanddebüt. Es folgten über hundert Auftritte in Film und Fernsehen, wobei der facettenreiche Darsteller Hauke oft aufgrund seiner großen und mächtigen Erscheinung und seiner markanten Stimme auf ungeschlachte und negative Charaktere besetzt wurde. So sah man ihn 1967 in dem Durbridge-Märteiler ein Mann namens Harry Brent in der Rolle des William Brother, der am Schluss als Täter entlarvt wurde. In der Fernsehserie Hamburg Transit hingegen erlebte man ihn als Kommissar John auf der anderen Seite des Gesetzes. Er spielte auch in Filmkomödien neben Dieter Hallervorden, Thomas Gottschalk und Heinz Rühmann, in Fernsehsatiren wie Halali oder Der Schuss ins Brötchen und in Fernsehspielen wie Heinrich Brehlers Kollege Otto. Hauke übernahm auch Rollen in Kinofilmen, darunter die Verrohung des Franz Blum und der Stoff aus dem die Träume sind, sowie in Krimis aus der Tatort-Reihe, dem Jerry-Kotten-Thriller Der Tod im Roten Jaguar und preisgekrönten Fernsehproduktionen über die Zeit des Nationalsozialismus, wie Tadellöser und Wolf, die Geschwister Oppermann und Ralf Giordanos die Bertinis. Daneben hatte er zahlreiche Gastauftritte und wiederkehrende Rollen in Fernsehserien wie Freunde fürs Leben, Ein Bayer auf Rügen und Der Landarzt. Darüber hinaus engagierte sich der Tierschützer Hauke umfangreich für Rechte von Hundehaltern und verfasste sehr viele Artikel, Kurzgeschichten, Jugendromane und Erzählungen um und über Haustiere. Er ist Mitverfasser des 1993 erschienenen Sachbuchs Die Sache mit dem Hund. 100 Rassen kritisch unters Fell geschaut und viele Tipps, wie man sich den Hund zum Freund macht. Gerd Hauke war verheiratet mit der 2004 verstorbenen Ute Bleich. Er selbst verstarb am 30. Mai 2008 im Klinikum Lüneburg an den Folgen eines Herzinfarkts, den er am 21. Mai 2008 am Steuer seines Wagens in Salzhausen erlitten hatte.